Morgen ist der letzte Drehtag. Dann fliegen wir zurück nach Paris. Aus! Ich muss dieses Mädchen wiedersehen. Du willst einen Film erstellen? Ja. Das ist wirklich das verrückteste, idiotischste und schönste, was ich je gehört habe. Das ist der größte Mist, den ich je gelesen habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017